Hallo, liebe Schleefatzer und vor allem Fatserinnen, denn heute haben wir einen feministischen Leckerbissen für euch. Ein Film, der euch in ein Land führt, das allein von Frauen regiert wird. Das Saarland? Nein, Peter, das Reich der Amazonen, jawohl. Und dieser wunderbare Film gilt übrigens als der beste Roger Corman-Film, den er in seiner Argentinien-Phase von neun Filmen produziert hat. Wahnsinn, also etwas, worauf wir euch wirklich freuen können. Und der Peter verrät uns jetzt, was für einen herrlichen Cocktail er denn dafür kreiert hat. Vollkommen richtig. Dies, lieber Oliver Lars-Fried, ist ein Amazon's Prime, it's Bud and Boob-Fest-Time. Und dieser Titel bleibt kein leeres Versprechen, denn ich kann jetzt schon sagen, dass es Nippel und Po-Backen regnen wird. Ohohoho, naja, dann würde ich mal sagen, schlubber an und freuen auf das Reich der Amazonen. Ohoho, naja, freuen. Dieser der Beste von Roger Cormans neuen, schon sehr tollen Argentinien-Phase. Mhm, hatten wir ja kaum. Der Beste. Who's bad?